Hi, grüß dich. Ein Mann hat nach mir eine Flasche geworfen. Nach dir? Wer bist du denn? Wie heißt du? Simon. Kommissar Simon. Wie ist das passiert? Erzähl uns das mal. Ich halte hier die schnellen Autos. Warte mal, ich mach mal die Batschkapp bisschen höher. Ich seh dich gar nicht, mein Freund. Alle, die schnell fahren, halte ich die, dass sie 30 fahren sollen. Hast du gut gemacht. Und dann kam ein Auto und hat nach mir eine Flasche geworfen. Nach dir? Ja. Hast du den erkannt? Wer war denn das? Ich weiß nicht. Weißt du nicht? Ich hab nur gesehen, dass hier ein dunkles Auto. Okay. Und das ist schon länger her? Also gerade ist das passiert. Gerade passiert. Wo ist das Auto denn hingefahren? Hast du das gesehen? Ja, das ist da hingefahren.